hallo freunde ich wollte mir mal die demo angucken von dikso tobya gibt es im app lab den link natürlich in die video beschreibung und ja da muss ein shooter sein also fängt das spiel ja die umgebung ach gutes auto habe ich die umgebung ist schön leichtes kanten film an hier und da die stadt der hinten ist tapete aber jetzt trotzdem natürlich erst mal die settings grafik steht schon das ist schon alles runter das ist gut das lassen wir mal so gameplay easy normal die xo tomia machen wir mal easy laserzeit keine ahnung und schuhe und movement active spark feier grab ok also viel gibt es da nicht das ist gut und dann starten wir mal oh ja die waffen sehen ok aus ok ich bin schon tot teleportation was wie teleportation echt jetzt leute jose spot on the floor around the character this is somethings to apply ok guck mich mir hier gerade um ja kanten flimmern ist schon da aber gut was wo findet also aber man kann auch richtig ja das ist ja gut und da ist aber nur snap turn abonnet captain adams good evening i'm your personal assistant special weapons were prepared for the target unit uh-huh grab the latest version of the software has been installed on your visor now the neural network supports all utilities this is a multi-purpose bulletproof best with a force field generator now it can sync with the visor and display all your vitals now you can calibrate your equipment in the training section ok in the training section was not there ok wenn man das einmal aufnimmt und die taste los lässt dann behält er das dann muss man wieder drauf drücken dann lässt das fallen alles klar aber aber warte mal hier ist eine kiste hier wird er jetzt ok juhu kann man noch mal ins menü ne irgendwie nicht ich drück mal eine taste ne was war das ach das ist wahrscheinlich ein kurzfallmenü ne also ich halte die A taste gedrückt dann bewege ich die hand dann könnt ihr hier dann die verschiedenen sachen auswählen was ist das denn Knoblauch was ist das denn Knoblauch aha gibt es hier Vampire oder was oh das oh das flimmert sich extrem ach egal ja ich hätte gerne das snap turn weg aber naja so Pulling Point your hand towards the object Point your hand towards the object Pull the item ja ok mach ich was soll ich da dran ziehen oder was ah ja ok war der dann gehts weiter ja welcome to the shooting range to gain access to further tasks you have to take three shooting tests of different difficulty levels you can take weapons on the rack on the right and left sides then activate the first training mode on the control panel aha aha ja das sind aber nur Platzhalter hier oder hit all the targets danke You can proceed to the second training mode oh queern Rivera uh Keep practicing Please repeat the calibration Ah, das ist der Total-Hold-A-Button und dreht die Wrist-To-Switch-Slots, Release-Button-To-Take-Weapon. Ah ja, okay, das funktioniert ganz gut. So. Reload? Ah, okay. Echt? Warten. Normal Result. Congratulations, you've passed the- Attention! An entry into the territory has been recorded! Was ist jetzt los? Hab ich was kaputt gemacht? Press the Stick-Button to increase running speed. Ah ja, try moving in any direction with increase speed. Okay. Warte mal schnell, aber lieber... Ah, ich kann jetzt nichts auswählen, okay. So, warte mal, ich ticke noch nicht ganz. Muss ich den gedrückt halten oder brauche ich ihn nur einmal rein drücken? Also man muss den gedrückt halten, rein drücken und halten. Okay, zum Rennen. Alles klar. Okay. Habe ich den Aufzug. Mixotomia. Emergency protocol initiated. Selected floor is... Inaccessible. Emergency stop in... Six... Five... Four... Three... Two... Hey, I've got- Aua! Aua! Habe ich gewissen, wieso! Aua! 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 Aua... Und die halten mal viel aus, oder? Und vier Muni haben ja auch nicht. Weil Munition ist gleich alle. Oh, und jetzt? Wo dann? Service Room. Ja, ich gehe mal zum Service. Vielleicht haben die neue Munition für mich. Service hat geschlossen. Wie immer. Also Gantenflimmern ist schon extrem. Ansonsten sieht das ja okay aus. Ja, und jetzt? Ich habe keine Munition mehr. Auen kann ich die auch nicht. Ja, nu? Muss ich weglaufen? Oh, Leute. Ja, da komme ich nicht rein. Wir erreichen jetzt. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Muni mehr. Oha. Als würde das jetzt so weitergehen. Ohne Munition ist es ein bisschen. Oh, kommen die da her. Oh, das ist schon. Ich kriege gleich Munition, sonst wartet das. Ich kann mich mit zwei Händen greifen. Das war jetzt Gewöhnungssache. Laboratorium. So, bitte lass die Munition sein. Na, 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 was ist das? So, was ist denn da? Also, spark shooting. Press the B button to activate the spark. Wait until the charge accumulates. Pull the trigger to shoot. You can also consume 50% of the armor as a charge. Okay. So, und was ist die B-Taste? Habe ich. Jetzt. Oh, cool. Aber der muss sich halt aufladen. Ja, verstehe. Secure the error from enemies. Aha, da ist eine Kiste. Gut. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Das war, was war das jetzt Munition? Gewehr oder Pistole? Okay, Pistole habe ich wieder. Gewehr habe ich wieder. Wir haben auch keine Anzeige soweit, ne? Wie viel Munition man überhaupt hat und alles. Na ja. So, gibt es hier noch mehr zu holen? War das schon alles? Ich hätte gern 10... Aha, okay. Ich hätte gern 10.000 Schuss. Tja, ne, ist ja nicht mehr. Dann probiere ich mal dieses Gerät aus. Ah, schön schön. Oh, der ist cool. Oh, oh, oh. 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 Zum Glück habe ich auf easy gestellt, weil ich glaube auf normal wäre ich schon längst tot. Oh, hier gibt es Kisten. Sehr schön. Okay, sehr schön. So, da geht es nicht weiter. Hier muss man logisch lang machen. Oh, fetter Monitor. Da ist dieser Samsung Odyssey, ne? Da ist Blut. Blut! Was mit dir? Nochmal Kisten. Yeah. Ja, was gibt es hier Schönes? Oh ja. So, jetzt muss ich mal gucken. 300, sehr gut. Jetzt kannst du losgehen. Oh, wer bist denn du? Was? Geh weg! Wann war das denn? Ah, man muss erst... Wieso habe ich denn keine? Moment. Ach da. Oh, das ist aber jetzt der Tisch hektisch. Das stimmt ja gar nicht. Hilfe! Ach, da hinten soll ich schimmen oder was? Oh! Lauf! 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 Ach, ne? Da kommt man gar nicht raus. Oh! Ach, ne? Oh! Das schna 아이� ist nicht positãos. Oh, das ist okay für самых sehr cool. Wie auch fühlen Sie sich so als Japp first auf den Arm thee Quertans und umgeben sich auch schon fast in Rückzug Option. okay ich habe also auch die macht aber das war es war das war die demo ja leute ich weiß nicht ob man das unbedingt braucht also naja war ja ganz nett jetzt aber ja ich glaube hier brauchst du dazu nicht zu sagen oder schute haben wir genug und ja okay aber wenigstens haben es mal gesehen die meinung überlasse ich euch wie gesagt die demo ist kostenlos und es sagte falsch war doch abgefällt mir können wir es herunterladen und ich habe auch keine informationen ob und wann die meine folge so erscheint oder so mal gucken ja dann danke ich bis hierhin bis fürs zuschauen und wir sehen uns macht's gut